Wir düsen davon! Ihr düst immer davon, wir spielen Hammerhead und wir sind Angreifer! Und dann habe ich ein Ziel gesetzt, jetzt... Ja gut, also Knopf macht B und A scharf und gut ist... Haha, genau! Ich fahr das hier mal alles kaputt! Also ich geh da immer gerne zuerst auf... ...sach wenn ich stoppen soll... Uh, jetzt hab ich mir was gefressen... Ich setze ein bisschen zurück, da liegt C4 hinterm LKW, hockt... Oh, da kommt der andere ran! Bei mir Kill durch Swarm... Ja, bei mir auch, aber der C4-Typ ist glaube ich auch gestorben... Bravo League! Was, wir hatten doch erst einen Treffer... Ah, ich hab den Fehler gemacht! Klaus, ich komm bei dir! Oh, Klaus bei dir! Links! Ich bin Malek, kann mich einer holen? Und jetzt nach Retz! Nice! Es ist ein Traum! Ein Traum! So, aber... Bravo ist immer noch nicht unser! Ich geh rechts umfassend... Versuch zu binden! Ich komme nicht über... Achso! Ja, sehr gut ist durch! Hab's gar nicht gehört, dass es an war! Mörser schießt! Es gab Leute, die haben sich gewünscht, ich solle doch mal mit anderen Waffen spielen! Deshalb spiele ich heute mit der Ace! Und da ist schon ein letzter Kill! Ich bin, äh, immer noch oben auf dem Hügel! Ich bin, äh, immer noch oben auf dem Hügel! Wenn wir jetzt hier den Hügel runter, von rechts... Äh, bei A... ...kommt natürlich Feind! Oh! Ja, das war das ne schlechte Idee! Natürlich auf der Seite, aus eurer Sicht auf der Seite natürlich den Feind kommen, das ist natürlich ne dumme Idee, da langzulaufen! Hab gedacht, ich zeig's euch mal, damit ihr wisst wie's nicht geht! Mittlerweile könnte eigentlich auch der M-Track mal nachgespawnt sein, finde ich! Boah! RG ohne! So! Jetzt sind wir aber doch schon so weit vorne! Ah, jetzt kommt da noch einer von rechts! Gerade drei Leute weggegeben! Ah, hinter euch, hinter euch! Klaus, bring's ja bitte alle um! Das ist noch einer? Ja! Jetzt, jetzt retzen! Wer ist der, der noch hinter dem Felsen? Ich, äh, vergiss's! Kicker selber! Hilfe, Hilfe! Ja, reicht ja! Ich komm mal mit dem M-Track! Oh nein! Aber wir switchen die Klasse! Schnappi auch nur das Krokodil! Komm mal! Ich glaube nämlich, in dem nächsten Abschnitt gibt's keinen M-Track, oder? Jetzt können wir doch wieder zurücktauschen! Das weiß ich leider nicht, ob's da einen M-Track gibt! Ja! Das heißt, den müssen wir jetzt sichern! Ich stell mir mal hier auf die Kante! Wow! Beim LKW! Rechts, hinterm LKW! Kann ich da noch an was killen! Ja, der hat nicht mehr viel! Der kommt jetzt dran! Einen hab ich da noch! Oh, wir haben's geholt! Das ist gut! Sehr schön, ja! Was? Warum ist der nicht da und da unten? Boah! Äh... Wollt's hier stehen bleiben? Hab ihn, oder? Sehr gut! War da nicht noch einer? Da ist auch einer! Stopp! Stopp für mich! Ja, ist immer noch einer! Gegenseitig geht hin! Noch einer da vorne! Hinterm LKW! Los! Rechte Seite jetzt! Ja, ja, hier vorne ist auch noch einer! Hab ihn! Boah! Von unten! Hinter mir! Ja, ja, ja! Stopp, stopp, stopp! Gut! Ja! Gut! Hier! Rechts, rechts vom LKW! Bei dem Container, der beim noch kommt! Würste ich jetzt ein Tempomat einlegen, oder? Äh... Da! Jetzt seh ich ihn! Okay! Ja, Gott! Da hinten beim LKW war irgendwo noch einer! Ach! Jetzt bitte wegfahren! Ja! Gut! Ja, aber läuft doch! Dann gehen wir mal zu Bravo! Bravo ist außen! Oben bei Bravo auf dem Hügel hocken mehrere Typen! Uh! Von links, von links, links! Ja! Jetzt mal lieber verstecken! Ja, lass mal ruhig ein bisschen stehen, bis wir uns wieder erholt haben hier! Nice! Na, 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 na! Jetzt fang dich nicht an mit Raketen auf jeden Fall zu schießen! Kann ich da oben rüberschießen? Ne! Schien nicht belittet! Gut! Dann los! Gut! Gut! Ist der in... Inflated-Style eigentlich im TS? Boah! Hier! Direkt neben uns! Gut! Gut! Die waren direkt neben uns! Wo war der denn? Direkt neben uns! Boah! Da hocken sie alle oben! Direkt neben uns! Äh! Hier rechts hinterm Container! Was? Hier links jetzt! Vor uns! Ja! Sauber! War das einer oder zwei? Was? Oh! Rechts ist nur einer! Ja! Jetzt kann ich ihn nicht mehr treffen! Weiter vor! Weiter vor! Weiter vor! Weiter vor! Hab ihn! Gut! Äh! Direkt vor uns wieder! Ja! Ja! Wow! Äh! Nicht da hoch! Ich wollte mich eigentlich schön da oben rechts platzieren, dass du da auch mehr runter machen kannst! Achso! Ja! Sollte gehen! Ja! Jetzt kommen sie von rechts! Oh! Scheiße! Oh! Hahaha! Aber wenigstens noch! Famous Last Words! Famous Last Words! Oh scheiße! Boom! Gut! Aber wir kommen ja vorwärts! Er spielt noch mit Slams! Er spielt noch mit Slams! Das ist völlig außer Mode! Aber das ist hier an sich ne gute Ecke! Ja! Ja! Ähm! Den wir mal schön mit rechts! Oh! Da kommt noch einer! Ich lieg da tot anieder! Kann mich hier einer holen? Nice! Boah! Boah! Ey! Mörser runter! Ja! Ja! Wir stehen auch gerade ziemlich gruppiert! Boah! Wie viele sind das? Gerade! Vorsicht wegen Mörser! Aufteilen! Kann mich hier einer holen? Na! Jetzt haut dann der Mörser rein fürchte ich! Ich... Ich... Was war da? Ich bring... Ähm... Den M-Drag! Habe leider schon einen Schützen mit dabei! Ah! Fuck! Beim Einkommen sind noch zwei! Passt man da durch? Ja! Ja! Sprühen die Funken! Ich fahr da jetzt dann doch auch mit ein bisschen Schwung kommt man da oben hoch! Da rechts außen lang! Denn da weiß man wenigstens von rechts ist man sicher! So! Links! 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 Ich steig mal aus! Äh... Ist random an der Gunner-Pose? Ja! Aber ich musste kurz... Ah! Jetzt hat es sich wieder getauscht! Das Problem ist wenn man natürlich bergab kämpfen muss! Oh! Hab einen am M-Corn! So jetzt stehen wir aber gut! Ja! Es wird hier reingemörsert schon wieder! Wieder einer down! Im Tunnel ist einer! Äh... Oh! Mörser! Äh... Amtrak ist hin! Na wenn es wenigstens geht geht dann... Ah! Klaus ich hab's gar noch! Auch wunderbar! Oh! Oben! Oben hocken sie alle! Ja! Alles gespottet da oben! Ach! Ich hab Rauch! Ich leb noch mit Frühfalls! Äh... Bringt ihr den ganzen Partybus damit! Gut! Jetzt können wir wenigstens mal das Ziel auf Alpha setzen! Dann lass die ruhig da draußen! Und wir gehen rein! Und dann hier durch den Tunnel gleich durch! Denn dann ist da drin nix los! Wie lässig! Was? Jetzt kommt es auch noch von... Uiuiui! Boah! Granate ja! Hinten geradeaus durch noch einer! Äh... 2! Das Case down! Ist down! Ist erledigt! Und steh alle auf Style! Ja... Oh! An der Tür! Ich deck hinten! Geh ruhig weiter in Gang! Jetzt kommt glaube ich einer von draußen! Ja! Haben ihn! Uh! Kommt noch einer! Uh! Shit! Äh... Kannst... Ich tuu dich! Nice! Danke! Okay! Safe! Gute aus! Schöhn! 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 Nice! Was bei dir? Oi! Warte! Ich geh vor! Äh... Steht da mit... 0,1% Ja! So kennt man ihn! Gut! Ne geht doch! Das reicht! Boah! Durch ihn von hier raus hier ist keine gute Idee! Drinnen ist was los! Von hinten! Von hinten! In der großen Halle! Dieser Lümmel! Boah! Jetzt kommt wieder von der anderen Seite ein! Ist der einfach... Ist seine Schrift unsichtbar geworden! Gut! Von draußen nochmal! Äh... Achso ne! Oben! Okay! Haben wir hier unten auch... Über uns direkt? Ja! Haben wir irgendwas zum fahren? Ja! Kommt! Das Amtrak kommt! Nice! Wow! Oh! Danke! Mörser! Der gerade den hinteren gerettet hat! Haben wir hier zwei... Oh! Was? Wie... Boah! Hab ich krass an dem vorbeigeschossen! Ja, ja! Oh! Mit der Ace komm ich... Uh! Ich hab's zu spät gesehen! Es tut mir leid! Hier oben liegt noch einer! Rechts! Von dem Eingang! Hier oben bei mir! Bei den Felsen! Oben rauf! Vorsicht! Hab den! Sehr gut! Das war knapp! Aha! Ich hab mal wieder was... Freigespielt! Das ist aber ein sehr freies Stück hier! Ja, aber... Gibt's ja wenigstens noch... Kann einer mal... Oh! Äh... Munition ablegen! Von rechts! Der hängt da hin! Der hängt da hin! Der ist erledigt! Den hatte ich glaube ich! Mal einer Munition geben! Der liegt hier! Ja! Teil mal weiter gehen! Wir legen mal Munition hin! Ja! Es geht mir nur um die... Um den Rauch! Oh! Hier vorne liegt irgendwie noch ein... Ähm... Na komm jetzt geh ich trotzdem! Oh! Schön! Wenn der rechts reingeht! Der kommt vor! Oh ja! Alles klar! Hab ich gemerkt! Kommt noch einer! Hab ich geschützt! Hab ich sehr gemerkt! Jawoll! Und oben auf dem Dach! Ach der ist schon... Habe ich! Bin selber jetzt auf dem Dach! Nice! Ich bleib mal als... Spawn-Belken quasi hier! Ja! Ich spaw mal direkt bei dir! Ich hab nur noch 5! Das ist übertrieben! Geh links am Fassen ran! Hilf bei den Containern! Ich muss mich kurz ausruhen! Und dann mach ich kurz ein bisschen... Oh! Rauch dahin! Und dann geh ich wieder! Ja! Bei mir spawnen und dann runterspringen dann ist man direkt bei Bravo dran! Cool! Ich hab gerade von oben ein kleines Gesundheitspaketchen drin! Geh mal an Alpha ran! Ich bin gerade an Bravo! Ich probier das jetzt einfach mal! Drei Dämon-Air-Schutz bei Alpha! Oh! Das ist mir zu leicht! Ach da! Wie! Was! Nein! Ja! Na gut! Hätte klappen können! Hm! Hat er uns alle gekriegt! Sau! Okay! Es wird jetzt... Jagd auf uns gemacht! Bist du immer nach oben? Au! M-Track kommt! Ja! Aber... Die ist nicht mehr geheim! Wo fährt er denn lang? Ich steige mal hier aus! Oh! Oh! Ganz schlecht! Oh! Ganz schlecht! Steige ich auch da aus! Äh! Fear Health! Ja! Das ist aber auch... Hätte auch gerade... Okay! Ja! Hier! Oh! Wunderbar! Danke! Halt jetzt mal einen Blick auf Alpha! Wo ist denn Alpha? Alles klar! Untergelegt! Gut! Ich bin auf dem Dach und schaue Richtung Alpha und sehe nichts! Oh! Oh! Einer ist dran! Ist down! Jawoll! Ist einer hinter dem Container! Jetzt ist er dran! Shit! Und ich kriege ihn nicht! Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Nice! Ist down! Sehr schön! Die fahr so ab und mich machen an Bravo weil ich glaub wir sind jetzt... Oh! Häh? Ich bin auf dem Dach hier oben Leute! Oh nein! Shit! Gut! Aber mich hat einer von unten getroffen und naja war's auch wurscht! Da hat keiner gedacht! Hab Bravo schafft! Ich war somit beschäftigt Leute abzuschießen! Da hat zwei, drei Leute weggeschossen! Boi! Ah! Scheiße! Alle tot! Okay! Vier Leute beim BM kommen! Wer läuft? Siki! Lauf du! Na gut! Hm! Scheiß Village People da! Und da wird er abgezogen, ne? Jaja! Was? Wird er abgezogen? Oh! Der geht auf der Außenbahn vorbei! Hahaha! Wie hast du auch springt? Hast du dir wie den ganzen Tag nur Kaffee getrunken oder was? Ey! Red Bull! Direkt musst du schnell pipi jetzt, wa? Darum brennst du schnell! Ja! Lass uns schneller die Basis einnehmen, Mensch! Ich schieß da einfach mal so ein bisschen in die Gegend rein! Lauf dann hier immer im Heisex vor! Boah! Er hat mal aber gute Deckung nur! Ja! Finde ich auch! Also hier bei den Containern geht's sehr gut, muss ich sagen! Ja! Aber Mörser ist schon wieder aufgestellt! Also da kommt gleich Luftpost! Über dem M! Komm! Von hinten! 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 Kommst! Oh! Gleich zwei! Ah! Da sind ja Feinde! Oh! Pfff! Pass auf, hier bei den Containern ist alles voll, ne? Bein hab ich noch gekriegt, aber dann... Ja, ich fahr ein Stück vor. Feuer! Haha, wir alle rumsterben. Äh, okay. Für uns. Ja, oben aufs Dach ist eher das Schlimmere. Alles klar. Viel zu viel in den Containern los. Ja, wir fressen jetzt nämlich die Raketen. Raus, raus, raus! Stimmt ja nicht! Pff! So, Container sind, glaub ich, sauber. Weg, weg, weg! Hm, knapp das Ding, Junge. Ah! Gerade noch ein Spawnbiegen hier weggeschossen in der Halle. Wir haben hier schon ins Kreuz geschossen. Los habt' ich? Nee, voll nicht. Hier vorne im Container gibt's Gläppunition. Oh, was ist denn hier wieder los, ey? Boah, die lösen da aber irgendwie! Shit, falsche Granate! Uuuuuhu! 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 Uuuuhu! Ich versteck mich mal, aber nur. Zum Beispiel hier. So, jetzt wird's da langsam. Knapp, Herrschaften. Ja. Mal Rauch einsetzen. Ja, ich hab auch Rauch dabei. Da kommen wieder zwei... Außen da! Immer! Hier ist seine Kloss, hab dich! Mal... Ich verstehe das auch nicht. So, jetzt müssen wir da mal rein. Oh, hier ist ne Claymore. Oben, das Dach wird total bekämpft. Haben wir nicht irgendwo einen hohen Punkt, dass wir das Dach mal auseinanderlöten können? Nein! Da kommt da noch einer. Ja, irgendwie müssen wir das Dach kriegen, ne? Mach mal. Das wird schwierig, die Wände sind halt alle zerstört. Ach, shit. Leute, in der Halle können das sofort sehen. Pass auf, die kommen hier wieder zu den einen Seiten. Ich spawnte bei euch direkt tot. Äh, ja, Container. Boah! Sacko! Was ist denn aus dem Amtrak geworden? Mit dem müssen wir vielleicht ein bisschen auf Abstand bleiben beim nächsten Mal, wenn wir denn noch genug Zeit haben. Ja, dann mal nicht so nah ran. Stehbleib kurz, stehbleib! Ja, das ist ein, der rührt nicht zu uns. Kommt da. Ja. Ich hoffe, er hat's gelesen. Geradeaus ist direkt einer. Ich krieg den so. Oder der Michir ist ein Zwei. Hol' ich. Nice. Dwo Schützen sind's? Ja. Ist noch ein Sunny dabei. Die wollen euch dann laufen. Einer hab' ich? Wo ist der andere? Ja, den Zweiten hab' ich. Na gut. Zwölf nur noch. Zwölf nur noch. Ich hab, äh, Rauch dabei. Uh, shit. Nein, elf nur noch. Dach ist clear aktuell. Dach ist clear aktuell. Ah, ich hol' die Tickets zurück. Oh, fuck. Wieder einen auf der Seite. Vorsicht. Was war das denn jetzt? Lass' den Amdrak in rüber, der ist dort. Jawoll. Einfach im Kampf gefallen. Oh, Hölle. Jetzt drauf. Oben auf'm Container. Ah, man sieht da drin aber auch nix. Es ist nur Schwarz. Der Dach ist komplett voll, ne? Sind jetzt alle runtergesprungen. Fuck. Oh nooo. Short day. Na ja. Aber interessant. Jetzt können wir's nur besser machen, indem wir einfach die in der ersten Runde gleich versauern lassen. Ja. Aber da fällt mir ein, grundsätzlich sollten wir zuerst Verteidiger spielen. Das ist, glaub ich, vom Spannungsbogen besser. Aber na gut, kann man jetzt nix machen.